Beide Findlinge sind inzwischen zu prächtigen Jungvögeln herangewachsen. Als männlicher Part ist Achim der Dominante. Das zeigt sich besonders beim Fressen. Cora hat das Nachsehen und wird in ihre Schranken verwiesen. Alles hier hat seinen Platz. Sobald die Rangordnung wieder feststeht, wird Cora versöhnt und von Achim gefüttert. König. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020